so reicht soll reichen dass sie die züge erlauben dies deaktivieren wenn an dieser station lokale zugehalten nein die soll aus ganz europa soll hier was kommen kennt ihr das mit einem ticket durch ganz europa reisen mit zügen das ist eigentlich so für leute entwickelt worden die fürs trampen zu hässlich sind ja aber überlegt euch das mal mit einem ticket durch ganz europa in kürzester zeit früher hieß das wehrmacht tschuldigung so der muss der muss da einfach sein so 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 okay ach man so hä was ist hinter dir äh hä was ist denn könnte es vielleicht sein dass irgendwas hier nicht so richtig laufen muss so zack jetzt das ding nochmal umdrehen hier so jetzt okay ich frage jetzt mal nicht was das für ein bug war so Ach, keine Verbindung. Mann. Das soll nicht so. Das müssen wir noch mal ein bisschen verändern hier. Hm. Hä, das ging doch gerade irgendwo. Ah, hier. Jetzt. Ich finde es so steil. Ähm. Ich hoffe, wieder keine fucking Verbindung mehr. Da muss ich es so erstmal weglassen. Wie gesagt. Aber ich war mit Sicherheit so schlau und habe die Verbindung auf der anderen Seite trotzdem gemacht, weil ich so schlau bin. Ja, siehste. Ja, dann müsste ich hier ja theoretisch in beide Richtungen machen, oder? Na komm, machen wir. Das heißt, der Zug kann rein und wieder raus in die gleiche Richtung. So. Verbindung haben wir. Ja. Hä? Mit Shift kann man die Kamerafahrt anhalten übrigens, wenn man die Tasten weiter hält. Und in die man gehen will und dann gleichzeitig Shift drücken und dann hält die Kamera an. Habe ich gerade so rausgefunden. Okay. Ich probiere nochmal was. Ich probiere nochmal was. So, hier haben wir jetzt eine Verbindung. Sehr gut. So, hier haben wir jetzt auch eine Verbindung. Wehe, hier unten ist jetzt keine mehr. Oh, geil. Jetzt haben wir eine. Muss ich das halt nur durch das richtige Ding ist hier ersetzen. Das hier hinten jetzt natürlich logischerweise wieder auch. Eine Richtung passt sogar. Oh nein, ich glaube, ich muss niesen. Tu es nicht. Tu es einfach nicht. Der ist natürlich falsch. Sehr gut. So, jetzt hat das. Haben wir alle Verbindungen fertig. Gut. Das sieht ein bisschen komisch aus. So von hier nach hier sieht es ein bisschen komisch aus. Wegen dem Knick hier drinnen. Aber die Verbindung sieht irgendwie voll cool aus hier so. Muss man sich so vorstellen. Man kommt so von hier mit dem Zug ran. Ja, da kommen die kleinen Kindheitsträume wieder hoch. Waren so ein bisschen mit den Spielzug Eisenbahnen gebaut. Das war schon schön die Zeit. Oh, und ich sehe gerade, wir haben über eine Million. Seit wann haben wir die denn? Fällt mir gerade so auf. Ich war gerade so mit dem Zug beschäftigt. Da merkt man das gar nicht. Und wie besteht hier wieder Lernen? Das geht sogar. Stau hat sich mittlerweile auch aufgelöst. Ich will nicht wissen, wie lange ich jetzt hier am Zug von dem Werk getappt. Mit Sicherheit nicht mal so lange. Mit Sicherheit nur 10 Minuten oder so. Aber da hat sich eigentlich ordentlich... Eigentlich einiges getan. Eigentlich ordentliches getan. Genau. So, und hier steht wieder was Einzelnes leer. Ich frage am besten nicht, warum. So, das ist interessant gebaut hier. Warum geht man nicht einfach von hier, hier so am Rand lang und dann... Ich frage nicht. So. So. Ähm. So, ich baue die hier mal zu Ende kurz. Das ist ja ganz toll hier. So, Wasser theoretisch mal... Lust. Naja, nicht schön, aber zweckmäßig, ne? Ganz ehrlich, da drunter sieht es ja eh keiner. So. Mach ich mal ganz kurz hier. So. Okay. Wird jetzt interessant. Man könnte theoretisch noch... Ne, hier oben kommt man nicht mehr irgendwo ran. Das heißt, man müsste theoretisch hier unten noch für später im Bahnhof hinbauen. Aber ich glaube... So passte der erstmal. Jo. So. Na ja, jetzt fällt mir hier so ein bisschen auf. So ein bisschen rummelt das halt schon, aber dicht halt... An der Hardware liegt es nicht. Die ist nämlich immer gleich viel ausgelastet. Da kann ich nichts für. Das kann... Da kann nur das Spiel etwas für. Wie das programmiert wurde, dass das so bescheuert läuft. So 9%. So 9%. 37. 37. Okay. Wieso muss an den Dinger eigentlich jemand toter transportiert werden? War doch eben hier oben auch schon... Müll. Ja, toll. Ach, komm mal. Nein, ich tue es nicht. Ich tue jetzt nicht das, was ich gerade tun will. Das endet sonst in einem Desaster. So. Einmal schnell speichern. Verpacken. Und fertig. So. Mhm, mhm, mhm. Da bauen auch langsam welche. Sehr gut. Verlieren auch gerade wieder Bevölkerung. Ähm. Ja. Das kann auch nur mehr passieren hier. Komm. Was soll's. So. Okay. Das hier unten ist eigentlich so langsam ordentlich ganz schön zugebaut. Könnt ihr vielleicht noch... Oh, Alter. Das passt genau. Ja, dafür, dass ich hier nichts hinbauen wollte, ne? Man kann ja ein bisschen rumexperimentieren. Okay, das kannst du vergessen hier. So, sieht eigentlich nicht schlecht aus. Ich weiß halt nicht, ob ich hier oder hier drüber noch eine Querstra... Nein. Wasser liegt da auch überall. Sehr gut. Ähm. Ähm. Hm. Hm. Warte. So. Joa, passt. So, nächstes Spiel. Wat ham wa? Null Zuschauer. Geil. Wo rennen die denn alle hin hier? Ach, da. Alter. Das Ding landet nur von hier bis da. Wat machen die? Die stellen sich alle da hin. Der Platz ist riesengroß, Freunde. Ich sag's nur. So, Raketenbau dort noch. Bis... Kann ich die Anzeige mal weg? Da. So. Ich... Ich hinterfrag das nicht. So. Alles klar. Oh, Entschuldigung. Ich hab grad ein bisschen meinen Kopf gedreht. So. Entschuldigung. Aber. Mal ganz kurz. Außerhalb vom Let's Play. Ähm. Fiel mir grad so auf. Ich guck so auf dem Schreibtisch rum so. Hm. Irgendwie fehlt da wat. Stimmt. Mein Handy. Irgendwo hab ich dat hier noch im Haus rumliegen. Ich weiß nur nicht genau wo. Dat wäre immer hilfreich zu wissen, wo dat liegt. Ich weiß nicht genau warum. Hab gehört, das ist hilfreich. So. Ja. Wenn ich dat hier wegreiß, ne? Äh. Reicht dat dann? Reicht dat dann? Oder nicht? Ja. Ah. Ah. Ah, 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 ah. Ach komm. 5% wird schon weniger So Da hatte ich mir mehr von erhofft Wenn ich ehrlich bin Jetzt können wir mal theoretisch Dicht besiedelt Hier ist gering besiedelt Das heißt Machen wir einmal ganz kurz Wir removen einmal Das hier komplett Tschüss Und dann Bauen wir hier einmal komplett neu So Das können wir jetzt so Schacht für Schacht theoretisch hier so machen So Und ich weiß nicht genau Ob ich hier vielleicht mal Wohl das hier unten Würde ich gerne weiterführen So Und das würde ich gerne hier noch weiterführen So Und Dann würde ich theoretisch noch das hier weiterführen Bis nach hier So Genauso wie das hier Ach das sind zwei verschiedene Ja toll Ähm Ne warte mal Wir nehmen das hier mit dazu Noch So Das war vielleicht ein bisschen viel So Machen wir einmal hier so So erstmal Warte Ich mach das mal so ein bisschen provisorisch Dann machen wir das hier erstmal weg So Verrest Platz Ist auch Coole Namensgebung Vom Spiel Äh So Ähm Mal bis hier So Können wir hier theoretisch noch was neues machen Wenn wir ehrlich sind Oder Nein Komm Ganz ehrlich So 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 Interessant geschachtelt hier aber Passt schon So So Ja So ist gut Das kleine Ding hier noch weg Warte So Ja Passt So Dann müssen wir theoretisch hier oben Hatte ich schon Stimmt Ganz vergessen Nicht genügend Arbeiter Okay Könnte man hier hinten nicht eigentlich theoretisch auch noch Irgendwas schönes bauen Vielleicht nehmen wir die jetzt auch sozusagen mal hier So 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 Keine Ahnung Ich mach einfach mal Sehen wir das noch hier So 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 Sieht interessant aus hier Ich weiß Ja ja Das kam komisch rüber Das kam komisch rüber Äh Ja Da würde ich auch gerne wohnten So Ähm Nein Bitte nur Das hier So Okay Ist ja alles schallgedämmt Deswegen dürfte das eigentlich kein Problem sein Guck mal hier Schön schon Schön so am Flush Am Flush Eigentlich nicht schlecht So Ja das ist so eine Sache für sich hier Und das finde ich wie gesagt immer noch schön gemacht hier Mh 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 Man pendelt sich alle so langsam ein hier Äh So Oh ja Ähm Vielleicht sollte ich mal ein bisschen hier So Ähm Freut euch gefälligst Na endlich So Geht doch So Oh ja Stimmt hier unten Soll ich vielleicht auch mal So Gut das passt Hier hinten brauchen wir es logischerweise nicht Da brennt es Stimmt Feuerwehr Ist eigentlich da gut vertreten Von hier nach da Eigentlich nicht weit So Krankenhaus Gut das ist Oh Hier ist leer Räumung beendet Räumung Räumung beendet Wie man so schön sagt Ne So Ähm Gut Ähm Könnte man nicht noch Theoretisch So Vielleicht Hm Ich hab auch keine Ahnung Was ich mit dem Platz hier machen soll Hab ich absolut keine Ahnung Was ich damit machen soll Mit dem Platz da Warte mal Ich hab auch keine Ahnung Ich hab auch keine Ahnung Ich hab auch keine Ahnung Vielen Dank.